Dieses hier angebotene Objekt befindet sich in Hesse schlicht genau. Das Objekt wurde 1950 erbaut und wird über eine Zentralheizung beheizt. Das Objekt verfügt über einen Balkon und eine Einbauküche. Die Objektive der Hesse schlicht, die es den Kran der Wälder ausprobiert. Das Objektive der Hesse schlicht, die wir im Studio mit dem Motivationen bekommen. Das Objektive der Hesse schlicht. Das Objektive der Hesse schlicht. Bei einer Wohnfläche von ca. 650 Quadratmetern beläuft sich der Preis auf 595.000 Euro. Wohntraumimmobilien steht Ihnen gerne für Fragen zur Verfügung. Untertitelung des ZDF, 2020